Jetzt drückst du da drauf, jetzt läuft das. Darf ich vorstellen, Graf Zahl? So, und ich bin ich und ich entdecke die Wunder der modernen Technik und wollte euch mal das Home Dress Store zeigen in Berlin. Und hier könnt ihr ganz viel Schnickschnack kaufen. Guckt mal, wie schön. Könnt ihr mir mal sagen, sieht man die Bücher so? Jetzt sieht man die Bücher, ja. Ah, cool. Da könnt ihr alle meine Bücher kaufen. Und wenn ihr reinkommt, dann sage ich auch schon Hallo. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Sehen Sie? Wie Sie sehen? Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen, genau. Können Sie noch mal winken? Komm, wir winken mal zusammen. Wir winken mal zusammen. Ist was so richtig rum? Nee. Oh Gott, doch. So. So, und das hier ist nämlich die Bölschestraße. Ich weiß nicht, ob man da jetzt was sehen kann. Oh Gott, da ist jemand hingefallen. Ich filme den Vorgang. Warte, Andreas. Halt, stopp. Stopp. Schnell durch. Schnell geht ja gar nicht. Herzlich Willkommen. Ja, danke, danke. Schön mit auf dem Video hier. So, jetzt aber schnell, ne? Oha, immer diese Männer da. Ah, und dann möchte ich euch natürlich ganz dringend noch zeigen. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, ob man das sehen kann. Ich bin Anfängerin, entschuldigen Sie mich bitte. Da, guck mal. Die Home-Dress-Farben, ne? Falls ihr renovieren wollt, wisst ihr beschaut. In diesem Sinne, ich muss jetzt wieder an meinen Autogramm-Tisch. Den zeige ich euch auch noch schnell. Graf 2 geht voran. Wenn du mal bitte deinen Nüchtern nicht zu ertragen T-Shirts rein möchtest. Kann man das sehen? Kann man sehen. Super. So, und da ist mein Arbeitsplatz. Kann man sehen? Kann man. Ja, jetzt sieht man mehr. Jetzt sieht man mehr. Ach so. Das ist zumindest ein Teil meines Arbeitsplatzes. Ich gebe auch schöne Grüße aus dem Home-Dress-Store. Wir sehen uns demnächst an dieser Stelle. So, hier, Graf 2. Ich muss wieder arbeiten.